Peter isst wahnsinnig gerne, ich kann nicht kochen, aber Alexandra Kamp kann es. Was ist denn das einfachste Gericht? Wo kann man nichts verlieren? Ganz einfach. Nehmen wir eine Packung Tiefkühl, Erbsen, Feta-Käse, zwei Bund frischende Pfeffermilz, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Das alles miteinander vermischen und drei Stochen stehen lassen und essen. Wow, und das muss man aber alles zu Hause haben, Alexandra. Ja, das wirst du ja wohl hinkriegen. Und was wird es? Das wird ein marokkanischer Absensalat. Achso, das klingt aber lecker. Den könntest du einfach zu Talk Talk gleich mitbringen, den bräuchte ich mir nicht selber kochen. Finde ich auch. Da können wir mal. Super. Alexandra Kamp bei Talk Talk. Wir freuen uns. Ich mich auch.